So. So, dann entscheidet mal ganz schnell, geht's vorbei. Sorry, war wichtig. Na ja, ernst, ein Bogen? Boah, was? Boah. 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 Oh, schon wieder. Ach, Leute. Ehrlich. Eider Sinn. Ehrlich, ey. Mach mich fertig. Ich glaube, es gab auch was, wo die Leute auch mitspielen konnten. Also, das heißt, sie konnten sich... Ach Gott. Aber knapp. So, Schuh's high. Wir müssen mir Brücken bauen. Doppeljump natürlich geil. Dankeschön. Puh. 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 Vielen Dank für den Followern. Bombe! Ah, schade. Hätte sogar fast geklappt. Das ist so blöd. Feel me. Vielen Dank für den Followern. Ich habe dich gesehen. Komm von der Fransch. Chance. 100% Entry. Was? Komm! Ah! Komm! 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 Warte! Ich kriege! Mih, Leih! Ich kriege! Möge! Oh ja, geil. Genau, gib mir noch mehr von den Gruppen, von den Flutterpickern. Wow. Pff, wir können doch in der Luft zuschnappen, die Säcke. Pah, feier auf. Komm. Ja, schön. Hier, Bout. Ach, so funktioniert das. Ich weiß aber nicht, was die unterschiedlichen Herzen, kann mir mal einer sagen, was die, äh, die Herzen den Unterschied machen, sag ich mal. Das müsste ich gerne mal erwissen. Über die Fire-Mode. Ach, die brennen. Nice, danke, Leute. Hallo. Ich krieg's leider, wisch ich nicht. Jetzt. Wie soll ich denn das machen? Komm ich denn niemals drüber? Oh. Ich habe noch mal ganz kurz. Keiner will meine Wasser upgraden. Okay. Wow, was ist das? Nein! Verdammt! Das mit den Alpha mit den Doppelspringen, Leute. Ihr seid verrückt, ehrlich. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Das sind so nervig. Nein, Mann, Mann. I want other cool powers choicechamber.com Nein, der Bombe! Okay. Der Säcke! Mit den Bomben! Die Putzfrosse wieder da, Hallöchen! Hey, wie geht das jetzt? Komm jetzt hier rüber? Okay. Wir können die wieder zumachen. Okay. Eures Farko, der Red, Blue. Blue müsst ihr machen. Und am besten Blue und dann Red nochmal. Okay, das ist... Ja, das ist richtig. Dankeschön. Bro, baby, bro! Bro, baby, bro! Nein, die goldene Münze ist weg. Oh, wie kann man den empfehlen? Scheiße, ich habe nur noch ein Herz. Jawohl. Jawohl. Wir sind schon weiter als vorher. Ich habe nur noch ein Herz. Oh, mir hat es, ey. Bogo Jump. Ey, Leute. Ehrlich. Oh, dankeschön. Wuhu! Ey, wartet mal. Wie kann man den denn ausweichen? Okay. 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 So erstmal hallo Leute, erstmal herz Willkommen Stream 5FG, V-Log, Hallöchen, TheCrossBower. We love to entertain you. Ja ja, RIP. Wo ist überhaupt Green? Das ist ein passendes Spiel für ihn, oder nicht? Okay. Machen wir noch ne Runde, wa? Bisschen kein Pogo mehr, ey. Das ist richtig übel, ey. Das ist richtig. Nein, 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 nein. Hier, direkt auf mir spawnen. Ich sag keinem Pogo und ihr schreibt es wieder rein, ey. Okay, Schwert. Schwert geht. Danke, danke. Danke, dass ihr Pogo gewählt habt. Dankeschön. Dankeschön. Wirklich, danke. Danke. Oh, Cookie Man. Und ich muss leider immer ein bisschen gucken, weil ja die Verzögerung immer 8 Sekunden ist. Woah. 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 Nein. Okay, das ist mies. Leute, das sind zwei. Wie er es mir einfach nicht gönnt, ne? Keiner schreibt die zwei, ihr seid so in Säcke, ne? Ach, ehrlich? Ich bin so in Säcke, ne? Ich bin so in Säcke, ne? Ich bin so in Säcke, ne? Ja, das ist das hier. always sommige like, euer es hat என ja mit einem Sollte das hat er mir jetzt wieder da gelassen speed aber nur mal so eine frage gab es nicht auch so ein addon wo ihr dann zum beispiel dann auch die schilder und so links und rechts das graue herz also zusätzlich ist ein slot hallo danny banani dankeschön liebe leute das ist der mutter, da hat er nicht gemerkt ja da 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 Pogo ist so schrecklich, Leute. Danny Banani, vielen Dank für den Follower und herzlich willkommen auf dem Stream. Direkt mit einsteigen hier. Die Leute wollen mich die ganze Zeit versch... Manche mögen mich, manche nicht. Was ist denn das Grüne? Ist das gut? Oh, bitte nicht. Zah! Warten wir mal kurz, bis es abgelaufen ist. Eisfloor. Okay. Wann noch schneller? Sehr schön. Ist ja gar nicht cool, ne? Ich sehe gar nichts. Okay. Ha! Das ist ja echt mal kacke, Leute. Ehrlich. Ich sehe nichts. Okay. Eisrutschig auf jeden Fall. Wow! Oh! Oh, kotzerak. Oh! Okay. Oh, verdammt. Jetzt einer auslassen, wie geht das? Ah, geht er gar nicht. Boah, ehrlich? Wie ein Bot. Also wenn ihr hart schreibt, dann kriege ich eine Kiste oder wie ist das? Testen mal bitte, gib mal hart ein, ich will das mal wissen. Oh, jetzt wäre ich fast weitergelaufen. Ah, jetzt ist der Boss wieder da. Hä? Wie kann man da ausweichen? Wie kann man den Laser denn ausweichen? Ach du Scheiße. Dankeschön. Danke Dustin. Alice, danke. Könnt ihr mal gern jetzt erstmal ein 10 Minuten Time-Up geben, bitte. Danke.